hallo hier ist der martin von meinem anki saß die wachse analyse für nun ja was haben wir donnerstag oder ja donnerstag zum 15 9 2022 und unser dax hat sich am mittwoch gut abgefangen bekommen also auch wirklich gut abgefangen bekommen hat hier seine kreide in die gardine reingehauen und mal bremse getreten bremse getreten hat und dazu geführt dass wir eine fallgeschwindigkeit sichtbar verloren haben also die eine abwärtsdynamik hat nachlassen wirkt damit auch nach einem leichten abflachen wenn man die zwei grünen kerzen mal gegensatz hat die zwei grünen kerzen kerzen mehr geschafft wie er mit den zwei kerzen jetzt runter zu geschafft hat das heißt auch wenn es euch anders vorkam mit dem tag davor ist deutlich langsamer jetzt unterwegs also hoch zu war und das besondere was eigentlich jetzt der fall ist ist das was wir gesprochen haben wenn er die 13.000 3005 3050 verteidigt dass er dann womöglich posten pullback auf die letzten hochseher absetzen und sich ebenfalls noch mal drehen könnte im tag schaut man das jetzt hier auch schön am mittleren band ein bisschen unterstützt das ist jetzt noch kein long signal nicht falsch verstehen ja auch so eine so eine kerze und doji ist jetzt nicht per se als direkt umkehrsignal kerze und long gehen also wenn man sich fachliteratur durch liest heißt es immer dass die nächste kerze das auch bestätigen muss ich bin da nicht so ganz der freund von dass ich sage ich warte jetzt noch die nächste kerze ab um mir die bestätigung zu holen dass das eine umkehr kerze war weil da ich dann wahrscheinlich schon wieder direkt in die nächste umkehr ein trader aber wenn die kerze vom kerzenkörper jetzt überboten wird also wenn er wenn der markt jetzt oben raus wieder zurückläuft kann ich mir sehr gut vorstellen dass da ein bisschen mehr noch in der erholung geht also dass er auch wieder ein stückchen zurückspielen kann wenn wir jetzt hier so schauen fällt uns auf der bereich um 240 der ist mir gar nicht so wichtig sticht aber hier deutlich am bild raus können also sein dass der dax am donnerstag versucht da mal durchzukommen über die 200 an sich wäre über 13 1 90 200 dann letztendlich ja aus tagessicht jetzt quasi das go oben auszugehen und die 240 wäre dann hier so eine kleine f sternchen sternchen dich marke ja also das wäre so ein bereich wo quasi fehler ausbruch signalisieren können die erholung rein sollte er über die 200 rüber gehen und sich bei 240 mörderlichst aufs maul hauen also wirklich richtig nach unten weg drehen dann kann der gut und gerne auch noch mal unter die tiefste drunter schroten deswegen würde ich da sehr gut aufpassen aber auch ganz klar sagen wenn er darüber geht ohne sich da das bein zu brechen und ohne da umzufallen wie so ein toter hund dann sind darüber auch das komplett offen ja da ist nichts da ist auch nicht irgendwie dass man sagen kann boah ja das ist noch mal krass die 400 ist vielleicht noch mal ganz interessant ja aber aus der perspektive muss man schon fast sagen wenn die 240 200 hier nach oben geknackt wird dann kann er wieder ans wochenhoch ranarbeiten über donnerstag frei das muss nicht direkt sein ja aber grundsätzlich wäre der weg dann erstmal wieder offen von daher es sieht nach einem abflachen der bewegung aus er hat das getan was wir gestern gesagt haben 13.000 1350 verteidigen oben auf die hochsätze aufsetzen gleich noch 69 ne gibt es alles hier drauf ja auch zu gestern das passt wunderbar auf das was wir gestern erzählt haben und muss halt aber jetzt auch liefern ne also gerade das was wir jetzt was ich gesagt habe hier mit doji nicht per se umkehrsignal nicht per se einfach jetzt hier lang und und der dreht sich der muss schon auch wirklich dann die 240 da rausnehmen dann wird es wieder positiv war heißt natürlich im umkehrschluss auch ne haben wir vorhin auch so für die leute die von uns die ablesen bekommen haben so auch umgeschickt haben vorhin auch geschrieben für diejenigen die short drin sind oder noch short sind vielleicht aus dem tag die mit der bewegung mit gehandelt haben die sollten sich dann auch vor verkrümeln halten also oberhalb von 222 40 sollte ich schon gegebenenfalls dann vielleicht auch erstmal die 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 linie ziehen dass mir nicht später komplett alles hinten ein stand rein läuft na spätestens zumindest na falls falls da noch nicht stop loss nachgezogen worden oder so ja genau okay das soweit perspektive erholung das soweit perspektive drehung was wäre natürlich wenn er das doji gar nicht annimmt und keine umkehrkehrsignal draus macht und die theorie und die literatur recht behält und man wirklich erst die nächste karte noch abwarten soll um nicht hier in die euro geführt zu werden kann man meinen augen auch komplett an anders abkürzen indem man einfach sagt wenn da hier neue wochentiefs jetzt kommen oder wenn er wenn ja noch doch sind wochentiefs ne das war montag dienstag mittwoch wenn neue wochentiefs kommen unter 12 59 dann ja dann geht es weiter auf 8 75 und wenn die 8 75 nicht hält dann geht er wieder hier runter in die 800 eher vielleicht zu 700 sogar ja von daher würde ich sagen also bei neuen tagestiefs oder wochentiefs unter 59 rechnen wir mit 8 75 die hat konterpotenzial darf man nicht unterschätzen aber wenn der dadurch rausstand schnell bei 700 geilste was er machen kann zum donnerstag ich erwähne das mal weil unser dachs schon manchmal geiler typ ist ne wäre hoch long antäuschend 2 40 holen also umkehr antäuschen völlig sich das genick brechen aufs maul hauen und hier rumdrehen runter gäbe close 8 75 und wieder zurück auf start nächste doji dahinter setzen behaltet das mal ein bisschen im ohr weil es ist donnerstag und donnerstag machte dachs gerne mal so ein also besondere sachen ich nenne es mal einfach so besondere sachen machte am donnerstag da sollte man ein bisschen im ohr haben aber grundsätzlich schon sich dahingehend orientieren dass man sagt oberhalb von 200 oberhalb von 240 hat er oben laufleine kann auch wieder in die 550 rein locker ja und auch unter 8 75 aufpassen also auch unter 59 grund man kann ja zum Beispiel 9 50 short gehen oder drunter dann macht man bei 8 75 einmal mal ein teilverkauf sichert sich seinen einstand wenn er dann hoch kommt dann hat man ein bisschen geld verdient und wenn aber unten komplett durch spricht ist man auch short mit dabei also man so kann man mit der analyse auch arbeiten ja genau punkt das ist es ja und so könnte man durchaus ran arbeiten und wenn dann die umkehr da ist und der macht von 8 75 hier komplett mürre hoch kann man auch noch mal dann long probieren und mitgehen wieder wieder zurück in die mitte wieder rein in die 13 100 ja also das ist so ein spektrum was ich sehe 270 bis 8 75 alles was drüber geht ist wirklich positiv alles was drunter geht ist negativ und wenn es drüber geht dann hat übertreibungspotenzial ist dann da drunter aber genauso also auch wenn es in 8 75 spricht genauso schmack ist und jetzt muss er eigentlich bloß zeigen wohin er will wenn ich das doji so sehr würde ich leichten vorteil sogar auf der oberseite sehen muss aber wirklich ganz klar sagen dass hier der übergottene abwärtstrend hat auch immer noch aktiv ist ja und dann wäre das doji nicht unbedingt so die kerze wo ich sagen würde okay im aktiven abwärtstrend jetzt doji da muss ich jetzt long nee da würde ich eher warten aber alles was drüber geht über 200 über 240 hat dann schon eher das würde ich schon zu sagen ja vorteil auf der oberseite noch mal richtung wochen hoch zu gehen und auch noch mal hier in diese links rein vielleicht macht man das andere gäbe zu hier bei 6 50 die 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 abwärtstrendkante noch mal ein bisschen an piesacken dass das würde das wird schon auch gut auf so einen großen verfall noch mal reinpassen gut okay ich denke damit haben wir uns ganz gut in raster gesteckt wie gesagt von mir gibt's nicht morgen steigt morgen fällt das das gibt's nie und es ist wichtiger dass wir die bereiche identifizieren an denen der markt drehen kann an denen sich gegebenenfalls leicht auch ein bisschen geld verdienen lässt indem man einfach ein paar punkte mitnimmt es geht nicht darum den ganzen tag im markt zu sein und die richtige richtung per horoskop hier vorgelegt zu bekommen das ist nicht unser antritt sondern wirklich die wichtigen reaktionsbereiche im chart zu identifizieren und das sind ganz klar 200 2 40 und das ist unten die 8 9 50 und die 8 75 das sind die bereiche da muss man hingucken und dann auch wirklich nicht um die ecke denken nicht denken ja der mark könnte denken wenn jetzt alle denken dass sie denken und jetzt alle short dann dann kann das nicht klappen nein das handeln was dann kommt und dann direkt nehmen so wie die katzen kommen ja und dann sollte man damit auch ganz gut arbeiten können also ich wünsche euch was gutes gelingen wir uns morgen wieder tschüss tschüss